Meine Damen und Herren, was geht ab? Wir feiern die ganze Nacht, die ganze... Was geht ab? Wir sind wieder zurück hier beim wunderbaren Podcast von meinem bezaubernden Partner. Cheyenne Gassier. Peace. Und meine Wenigkeit. Hallo liebe Leute, ich grüße euch und ihr seid geil. Also an dieser Stelle will ich auch was sagen, geht doch bitte auf Spotify, Reda blendet es jetzt gleich ein, wie ihr uns bewerten könnt, wie ihr uns unterstützen könnt. Folgt uns, macht auch die Glocke an, wenn ihr eine benachrichtigen wollt und auch Leute, die auf YouTube sind. Wenn ihr auch nur uns anschaut, ihr könnt uns gerne auch weiter nur anschauen, aber geht bitte auf Spotify. Wenn ihr noch keine Folge gehört habt, klickt auf diesen drei Punkte, alle Folgen schon auf gehört machen und dann könnt ihr uns bewerten. Natürlich mit fünf Sternen. Vielen Dank und ich will dich auch ganz herzlich begrüßen. Einer der besten Comedians. Einer? Ja. Ich dachte, ich muss doch das... Da sitzt doch noch einer. Warum bringst du mich in so eine Lage? Du hast sowieso nie Respekt vor mir. Ja, aber jetzt... Jetzt tut er so... Ich will doch einmal korrekt sein. Ja, okay. Ey, Kosta, jetzt mal ohne Scheiß. Weißt du, was ein lieber Kerl ich früher war? Alles sein Werk. Nur Einfluss, schlechter Einfluss. Sei ein Mann, beleidige den so... So sei ein Mann, du musst dir eine Meinung sagen. Ich so, der HS. Der ist so, ja, jetzt nicht übertreiben, Bruder, aber sag. Ich war so ein lieber netter Junge. Ich war überall gut angesehen. Jetzt, wenn ich reinkomme, leute ich den aufgeben. Ja, warum? Weil du wie ein Tiger bist. Die Leute haben Angst. Ja, Tiger. Ich bin wie ein Opossum. Ich kann nichts machen, Adler. Ein Opossum ist wichtig. Warum? Weil ein... Opossum ist das Unnötigste hier. Doch, erstmal gibt es einen Film über das Opossum. Dieser neue Kinofilm von Christopher Nolan. Wie heißt der? Opossum. Das stimmt. Doch, ey. Das ist eine Lüge. Oppenheimer. Ach so, Oppenheimer. Oppenheimer. Der hat die Atombombe gebaut. Ja. Und nicht Opossum. Warte. Warte. Weißt du, was der sagt? Nein, lass mich ausreden. Matthias Schweighöfer. Ja. Ist das falsch? Ist das auch falsch oder nicht? Ne, das war... Bastian Schweinsteiger meint. Nein. Der meint eigentlich... Der Fußballer heißt Schweighöfer. Nein. Nein. Der Schauspieler. Nein, ich meine den Fußballer aber. Ja, der heißt Bastian Schweinsteiger. Der heißt Schweinsteiger. Ja, das meine ich. Guck mal, Opossum ist ein unnötiges Tier. Nein, warte kurz. Was sind die Attribute in Spott Opossum? Lass mich ausreden. Ja. Hast du Oppenheimer geguckt? Nein, noch nicht. Ja, da geht es um ein Opossum. Nein, ich kenne den Trailer und ich habe mir Filmkritik darüber angeschaut. Ey, hör mal zu. Mach nicht so auf schlau. Ich habe mir den Trailer angeschaut. Ja, na und? Der Trailer verrät dich alles. Ja. Guck mal. Dieser Oppenheimer. Ja. Weißt du, warum der so heißt? Weil das ein deutscher Nachname früher war. Weil seine Vorfahren Opossum-Züchter waren. Züchter, oder? So. Ob, und dann haben die sich gedacht, okay, wir können ja, Opossum-Züchter ist zu lang. Ja. Der Oppenheimer. Nein, nein, das ist das Heim der Opossums. Ja, das ist der Heim der Opossums, genau. Okay, wie wird denn ein Opossum? Gezüchtet? Nein, geboren. Ja, es wird wie das andere. So, ist es am Land oder im Wasser? Am Land. Ja? Ja. Okay, und wie viel kann eine Opossum-Mama werfen? Ja, was weiß ich. Das sind doch nicht meine Cousinen, dass ich das weiß. Dann werden es ja viele. Ja, dann werden es ja viele. Dann werden es ja viele. So 20 Opossums. Ja, ja, ja. Ein Opossum kann ja auch eine Atombombe überleben. Nee. Das ist doch der Clou, doch. Ein Opossum kann nix, Alter. Doch, das stimmt nicht. Doch, der kann nix. Das ist nicht wahr. Das ist genau wie ein Frettchen. Das kann auch nix. Das stimmt nicht. Jedes Wesen hat seine Daseinsberechtigung. Ja. Selbstvoll. Warte. Das ist doch was Positives. Ach, Mann. Ich sage Frauen... Bloß dieser neue Nizar. Vor fünf Folgen. Oder sechs. Also wenn ich sage, Frauen haben meine Daseinsberechtigung, ist das was Schlechtes? Ja, aber warum assoziierst du es direkt nach dem Tier? Bro, ich hab grad mit Koro telefoniert. Die haben aufgelegt. Wer ist Koro? Das war mal ein Sponsor von uns. Aber schön, dass du das mal weißt. Ja, ich weiß noch, wer die sind. Ja, wir haben Sponsor. Was war Koro? Was standen die? Das war doch diese Supplements, wo du immer deine Dinger wolltest, deine Müsse. Ah, ja klar weiß ich. Großen Größen. Ja. Große Verpackungen, nachhaltig. Okay, okay, natürlich. So, jetzt haben wir umsonst Werbung für die gemacht. Nein, wir machen ja bald wieder Werbung für die. Ja, denkst du? Klar. Ja. Ich hab doch jetzt den Kooperationsstein. Den Kooperationsstein. Hast du eigentlich jemanden angegriffen danach? Nee, ne? Nein. Seit der AG in den... AG-Wohn. Diese Esoterik ist schon eine faszinierende Ding. Ja, die sind ja komplett verloren. Die sind wirklich komplett verloren. Kannst du das ein bisschen anders sagen, dass wir die nicht verlieren? Ja, also die sind korrekt. Die rechtsosaligen Israels. Ja. Also die sind die besten. Ja. Aber ich teile in einigen Ansichten nicht ihre Meinung. Das ist so wie dieses Astrologie-Thema. Ja, wo du sagst, die sind vom Teufel besessen. Nein, die eine war vom Teufel besessen, die du mir vorgeklangen hast. Doch, die waren normal. Nein. Ich hab mit der normal geredet, ihre Augen waren normal. Ja, na und? Der Teufel ist verführerisch, wie Al Pacino beim Aufdruck des Teufels. Das siehst du ja nicht. Damit er dich verführen kann. Der ist nicht rot, so mit so Hörnern. Ja, der muss doch verführerisch aussehen. Interessant. Oder im Auftrag des Teufels die Szene mit der Frau ist so ekelhaft. Ja, und so ist diese eine, die du hinbringen wolltest. Nein. Doch. Du bist ein bisschen wie Al Pacino bei Auftrag des Teufels. Nein. Doch. Nein. Weil du machst das auch. Genauso, wo die an der Straße sind, der so, willst du zu deiner Frau oder willst du ins Gericht was retten? Der so, ich glaub nicht, ich geh zu meiner Frau. Ja, aber du wolltest doch immer Karriere. Ich mach das so an. Und dann entscheidet er sich. Ey, weißt du, was war das für eine Diskussion? Welche? Ey, das war so geil. Wir haben uns kaputt gelacht. Wir wollten irgendwo hin und du wolltest nicht. Und dann hab ich gesagt, guck mal. Achso, du wolltest in den Urlaub mit mir gehen und ich hab gesagt, ich kann es zurzeit nicht. Ja, genau. Was hab ich denn auch für ein? Das war so lustig. Dann sag ich, ey, guck mal. Der wollte versuchen, mich zu überreden und der hat das genial gemacht. Dann sag ich, du bist eben halt, du hast das gerade genial gemacht, aber ich kann nicht so. Willst du meine Genialität nicht belohnen, indem du jetzt mit mir in den Urlaub kommst? Soll die Genialität nicht belohnt werden? Ja. Und dann sag ich, Bruder, ich bin doch gerade voll depressiv, ich bin negativ. Der so, lass uns zusammen negativ im Urlaub sein. Ja, wenn du was willst, dann bist du charmant. Ja, ne? Aber nur, wenn ich was will. Ja, sonst. Ja, wenn du das jetzt sagst, dann werden das doch alle anderen jetzt wissen. Und dann kaufen die mir das nicht mehr ab, das Charmante. Weil die denken... Doch. Weil, guck mal, bei dir ist ja... Du hast doch wahrscheinlich bei dir angesteckt, Alter. Weil diese bekannten Rollläden, die du besitzt, nämlich dauert unten dann auch nie. The Room. The next year. 24, 25. Oder wie das heißt. The Room. Ja, deswegen. Man muss... Ja, wenn man was will, muss man charmant sein, finde ich. Ja, aber bei dir ist irgendwann... Man glaubt dir irgendwann. Ja, klar. Weil ich dir ernst meine. Ja, nee. Doch. Du gehst voll aufs Gewissen ein. Nein. Doch, du bist charmant. Ja, weil du ein Gewissen hast, weil du korrekt bist. Funktioniert das ja. Ey, wie der da rauskommt. Ich weiß gar nicht, wie du Schläge bekommen hast früher als Kind. Weil du... Bei gewissen Leuten, da kommst du nicht weit, Alter. Aber ist es so, wie du ihn überreden wolltest, ist es so dein Flirtversuch eigentlich? Ich? Ja. Nisa flirtet nie. Stell dir mal vor, dein Hypothetisch, siehst du wirklich eine Frau, die für dich komplett interessant ist? Nisa flirtet nicht. Ich weiß nicht, was du sagst zu deiner komischen, weirden Einstellung und sagst, wow, das ist richtig gut. Das ist ein richtiger Mann, den wir dich haben. Ja. Aber wie flirtest du die dann an? Ich flirte nicht. Nein, flirtet nicht. Achso, du sagst einfach, ich hol Rine. Nein. Ich sag... Der ist korrekt. Ich bin korrekt. Der geht hin, sagt, hallo, gibt natürlich keine Hand. Ne? Respekt. Natürlich nicht. Gibt keine Hand. Auch wenn sie keinen Vorteil ist in der Mitte, die alleine ist, gibt der auch nicht Hand. Weil der ist so ein sachlicher Typ, der trifft immer den Kopf auf den Nagel. Aber das ist doch auch eine Art. Der trifft immer den Nagel auf den Hammer. So, er geht hin. Sag, hör mal zu. Mademoiselle? Mademoiselle, genau. Du bist gerade... Höchlichkeitsfloskel. Du hast eine tolle Ausstrahlung. Du hast nur den Holz in der Hand. Ich will dir das alles wegnehmen. Ich will, dass du bei mir zu Hause eingesperrt bist in meinem Dorf. Kaufst du gerne. Ab 18 Uhr darfst du nicht raus. Unterschreib diese AGBs. Das muss siebenmal geprüft werden. Sonst geht es nicht. Das ist vorbei. Ja. So. Und alle Männerkontakte müssen aus dem Telefon... Das ist mein Vater. Egal. Du hast jetzt einen neuen Daddy. Das kann jeder sagen. Das weiß Vater. Das kann jeder sagen. So. Und dann, irgendwann kommt der Vater und sagt, ey, wieso darf ich meine Tochter nicht sehen? Und dann sag ich so, mach ich die doch so. Und dann, Mann, boah, du gibst die richtig Mühe. Wo auch tragst du Schauspieler und so. Ja, wir will nur ihren Vater sehen. Ey. Oh, Mann. Ey, das war so lustig. Das ist schon geil. Also, guck mal, Nisa ist schon ein sehr charmanter Typ. Also, wirklich. Ich weiß, dass er so charmant ist. Er mag ja auch gewisse Personen. Und ich sehe das auch, wie er mit denen so ist. Aber mich würde wirklich interessieren, er ist alleine mit einer. Und er ist an ihr interessiert. Und er führt dieses Gespräch des Kennenlernens. Ja. Weil der kann ja nicht direkt so, hast du Stavos gesehen? Doch, das macht er. Der kann ja nicht direkt, machst du dich immer, Turtles? Hast du da so eine Liste? Doch, der macht so. Ja, sagt er. Der stellt so Fallen. Ja, klar. Der stellt so Fallen. Der macht so Spider-Man an. Und wenn die Frau sagt, was ist das denn, ist sie raus. Ja. Nee, der ist schon schlau. Der macht es charmant. Und die muss ja auch so fehlerfrei sein. Wenn die so nach 18 Uhr schreiben, wollen wir treffen, next. Die muss vor der Dunkelheit des Einbruchs zu Hause sein. Genau. Ja. Weil die, das ist so wie bei Vampiren. Die muss so ein umgekehrter Vampir sein. So ein behinderter Vampir. Ja. Das wird sich, wenn sie... Ein Transvapir. Ein Transvapir. Wenn sie im Dunkeln ist, verbrennt die. Ja. Ja. Und sowas Soziales. Wie freuen die so ein altes Konstrukt? Freunde sind überbewertet. Die Freunde kommen und gehen. Freunde. Ja. Die kommen und gehen. Ja, meine nicht. Meine bleiben. Also Spaß beiseite. Also Spaß beiseite. Der ist ein sehr charmanter Typ. Findest du? Ja, du bist schon so ein Typ, der einen Hof machen kann, wenn er will. Wenn er will. Du bist nicht awkward im so... Ja. Die Leute, wenn die ihn auch sehen, auch so jetzt auch Männer, wenn die ihn auch draußen Auch Männer, weil ich... Ja, der verstellt sich auch nicht. Nein, der verstellt sich auch nicht. Und die Leute sagen auch, ey, krass, ich wusste gar nicht, der so ist, weil der macht ja hier nur so eine Frau, so in der letzten Folge, Frauenschlocken, ha, 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 und dann geht der hin, dann stellt ihn, kommt so, kommt ein deutscher Fan dann und er sagt so, hier, meine Frau, hallo, und dann sagt der nur so, hi, so, keine Hand, nix. Was? Der geht einfach raus, ne? Der telefoniert, unser Regisseur, einfach. Denkst du, Steven Spielberg hat bei der Weiße Hai mit dem Handy telefoniert? Ja, bestimmt, weil er so langweilig ist. Was? Ich muss mich doch um seinen Laden kümmern. Ja. So. Weiße Hai hat der sowieso telefoniert. Der hat ja zwei Stunden gebraucht, bis er den Weiße Hai einmal gesehen hat. Und dann diese scheiß Filme, wie heißt das, Megalon und so, wie diese ganzen Drecksfiecher heißen. Megalon, was ist der Film? Wo dieser Riesenhai kommt. Ach, Meg mit Jason Statham, ja, das doch. Nein, dieser Riesenhai. Ja, das ist Meg mit Jason Statham. Da heißt der Hai Megal, noch was. Ja? Ja, ja, ja. Wer ist noch charmant? Aber ich finde auch, dass du charmant bist. Ja, ja. Ich habe eine Liste der charmantsten Menschen der Welt. Ne, ich bin nicht charmant. Ich bin ein bisschen ein Bauer. Nummer eins Sexmensch ist auf jeden Fall Koster. Der ist überhaupt nicht charmant. Der ist wie immer. Der ist wie immer einfach so ein Panzer. Weiß nicht, wie der ist? Der ist der Grumpy-Schlumpf. Der immer schlechte Laune hat? Ja. Ja. Das ist Koster. Ich habe die nur gesehen auf dieser Show. Von dieser Riesen-Show da, wo ihr wart. Die ist ganz krasse. Im Einkaufszentrum da. Das war ja unser größter Auftritt. Das war ja die Prime. Ja, das war Prime. So zwischen Churros und Hotbox aufgedreht. Und Krebs und Krebs. Das war ja zwei Wochen, bevor der Auftritt war, war ja die ganze Mall ausverkauft. Ja, genau. Ja, klar. Und guck mal da. Mit dem Absperrband. Und da habe ich ja gesehen, wie der ausgerastet ist. So eine Frau kommt und sagt, ey Koster, ich bin ein Vollendpferd. Der so, was ist das für eine Scheiße hier? Mit den Stühlen. Ja, das stimmt, Koster. Ja, das redet man noch nicht. Hä, wann denn? Ich habe es doch gesehen, wo du wieder ausgerastet bist. Kann ich mal hier eine Kippe rauchen? Gibt es hier einen neuen Ausgang? Ja. Eier? 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 Eier, wo ist denn die Plauze? Drecksvieche. Weißt du, wo Koster ursprünglich herkommt? Ja, so ein Ölaugenland. Hä? Ja, 100 Prozent, du. Das ist schon wieder ein Mann hier. Eier, was gibt es bei denen? Zertaki, zweimal links, zweimal rechts. Zertaki, das mache ich überhaupt nicht. Was ist das hier? Aber die sind gute. So ein Uso, ist nicht schlecht, gell? Kann man nicht sagen, Alter. Da brennst du, da brutzelt du. Kriegst du direkt Dünnpfiff. Das ist alles sicher. Da geht es gut ab, du. Nicht so wie bei den Türken. Kriegst du so einen billigen Tee. Wasser, ein bisschen Farbe, du. Drecksvieche. Da kommen sie mit so einem Börek oder was das heißt. Oder wie das heißt. Gibt so ein grünes Zeug, total Zucker. Kriegst drei Gramm Teig, kriegst acht Kilo Zucker. Passt doch von vorne bis hinten nicht. Der Kostas ist echt ein guter. Wenn du irgendwann den da sitzen hast, dann bist du mein Kind. Wenn du da zu diesem komischen Zeltplatz da gehst, dann den Manni mal holst. Den echten Manni mal holst. Achso, den echten. Ja, der echten. Ich so, ey Manni, wer hat dir erlaubt mir einen Spitznamen zu geben, du Dreckstein? Das ist ja ein Podcast. Ja, was das? Podcast, die Deutschen. Träume hat man. So, I wish you dreams, wie das heißt. Ja, hundert Prozent, gell. So ein Deutscher ist geil, wenn er so im Urlaub geht. Bruder, die kloppen sich sechs Uhr morgens Handtuche auf diese Liege. Ja, die wir müssen reservieren. Ja. Und wir haben es natürlich wie immer gemacht. Wir haben die Leute bestochen. Genau. Wir sind korrupt. Ja, Reda hat die Leute am Pool bestochen, dass sie unsere Handtücher da hinlegen. Ja, Reda hat auch denen Tipps gegeben, wie die servieren und wie die Shisha machen. Ja. Reda ist so ein Upgrade für alles. Ja, so ein Business Class. Ja, ja. Ich schwöre, das Restaurant, das Essen wurde auf einmal besser, als Reda da war. Das Eis wurde besser, alles. Das Eis wurde besser. Ja, ich schwöre, Reda, du bist echt... Also guck mal, du kommst überall raus. Bei mir, ich bin ja... Guck mal, wenn ich alleine bin, bin ich ja ein komplett anderer Typ. Ja, das stört mich aber. Ich bin ja komplett, ich bin ein ruhiger... Mach Statements. Ey, wie asozial, gell. So, das sind meine Gefühle, aber egal. So, einfach meine Gefühle. So, wenn sich drüber lustig machen. Wer Freunde hat, kann auch irgendwie Feinde haben. So. Ganz hart. Das ist mein Broadcast-Channel. Mein Broadcast-Channel. Folgt mir auf Instagram, mein Broadcast-Channel. Ja, mir hast du ja keinen gemacht. Ja, du kannst es nur nicht. Ja. Warum? Weil du das so eingerichtet hast. Komischerweise ist bei dir immer alles besser. Nein. Doch. Das stimmt nicht. Das stimmt wirklich. Ey, schreibt jemand einen YouTube-Kommentar an? Bei der letzten Folge. Äh, schreibt jemand, ey, ich bin total verwirrt. Cheyenne hat Schuhe an. Weil ich die immer wieder ausziehe. Ja, du ziehst immer deine Schuhe aus. Ja, aber das ist gewünscht. Und das bei deinen F... Bruder, meinen Greifen, ne? Ja, ich schwöre. Der ist ja wie so ein Falke. So Füße. Bruder, du bist so charmant und sexy. Ich würde dich gerne auf den Boden legen und dann mit meinen Füßen... ...deine... Ich würde dir doch Geld machen, Alter. Ich würde angeflogen kommen mit meinen Füßen und dann an deine Ex, Alter. Dann würde ich mich hochziehen. An deinen stabilen Ex, Alter. Das sind ja diese 8 Balls. Kennst du 8 Ball und MJG? Wer hieß 8 Ball? Ja, so ein Rapper, 8 Ball und MJG. Achso, Rihanna hieß so. Bei diesen Ocean Eleven als Vorversion. Wer guckt dieses Frauen-Remake, bitte, Bruder. Ich hab das gesehen. Bro, ich hab das auch angefangen zu gucken, aber ich hab sie es endlich schon. Ja, das war als... Nee, das ist schon okay. Näh. Doch. Bro, es gibt bestimmt so ein paar Fußfetischleute, wenn du so Gabeln aufhebst mit den Zähnen und dann... Nee, ich finde Füße so abtörend. Schäfer, du siehst deine Traumfrau. Mhm. Und du sagst, tipp mal meine Nummer ein. Die holt ihr Handy und tippt so hin. Boah, was redet ihr denn? Wird dich das... Einfach so. Ja, was willst du denken? Die wird so machen, wirklich. Die hat so High Heels an, also die ist so voll schön angezogen, aber dann macht sie so. Du sagst, ey, gib mir bitte deine Nummer und so. Und die macht so, tack. Ich finde Frauen... Bevor jetzt hier die Frauen ausrasten. Ja. Ja, ich bin klein, hat nix damit zu tun. Ich finde aber Frauen in High Heels nicht so attraktiv wie mit Sneakers. Echt? Ja. Aber die Füße stinken doch immer in Sneakers. Ja, du bist klein. Also ich finde so diese High Heels, weil erst mal 90% laufen die Frauen, ob die ein Getriebe schaden hätten, ja. Es sind High Heels. Tragen Haie High Heels? Ja. Damit hast du jetzt nicht gerechnet, ne? Doch. Der ist komplett raus. Du, weil er dachte, ich sag jetzt nein, bist du blöd? Er hat schon vorbereitet, aber dann kam einfach ja und er so. Und dann fragst du ihn und er so. Ja. Ja. Trägt. Find ich gut, dass ihr das macht. Putter, Alter. Ah, ist das geil. Nein, Haie haben High Heels gefunden. Ja, ja. Okay, warum heißen die so? Weil die das erfunden haben. Ja. Ich schwöre. Ist das geil. Das Material aus, guck mal, High Heels bestehen doch aus, aus Highflossen. Ja, aber Flossen sind auch super geeignet für High Heels. Ja. Auf jeden Fall, weil die so elastisch sind, ne? Ja, kennst du Elastigirl von den Unglaublichen? Nein. Okay. Ich weiß nicht mehr, was Unglaubliche ist. Kennst du nicht diese Pixar-Familie, die mit den roten Anzügen? Ja, doch, die kenn ich, das hab ich gesehen. Ja, aha. Das ist Baby, das geilste. Ja, Jack, Jack. Ja, das Baby ist geil. Ja. Die kosten, als er gerappt hat. Ey, der sah schon aus wie Jimmy Neutron. So. Der ist Baby, das ist geil mit so einem Zahn. Ja, der ist geil. Jack, Jack. Jack, Jack. Warum weißt du immer, wie die heißen? Ja, weil ich das gerne, ich hab die Unglaublichen allein dreimal im Kino geguckt. Echt? Und dann so Nizar-Talk. Weißt du, das Interessante ist, es gibt so eine DVD, die kam aber nur in Großbritannien raus und wenn du die öffnest, da gab es so eine Uncut-Version von diesen Unglaublichen und da gibt's eine Szene ganz am Ende, da redet der Regisseur darüber, dass es ganz wichtig ist, dass das Baby Jack Jack eigentlich woanders geplant war. beim Hulk-Remake 1989 mit Roy Fennigro und das Baby Jack sollte da sein und ja, aber dann kam der Regisseur, der im Shushushido gelernt hat, in Thailand und der hat das gedreht und deswegen kam das am Ende bei Pixar, bei Pixar wurde aufgekauft, das ist aber jetzt eine andere Sache. Das sind so uninteressante Informationen, die kein Mensch braucht. Das stimmt nicht. Ey, weißt du, wo er sich selbst ins Bein geschossen hat, wie so stolz. Wie Cheddar Bob. Ey, der hat sich so, der, weißt du, wie er sich ins Bein geschossen hat, so krass, wo der so ausgerastet ist und sich fast auf die Brust geklopft hat, so wie Animus einmal. Da ist der hingegangen. Hab ich mich danach auch aufs Sofa gelegt. So, da ist er hingegangen und zeigt mir so voll stolz The Quest. Einfach ein billiges Remake von Bloodspots. Warte, ich hab mir nicht, nee, Moment. Moment, please. Moment like this. Hast du nicht gesagt, es ist ein krasser Film? Wir beide waren enttäuscht. Nein, ich hab gesagt, das ist ein guter, ist ein okay, der Film ist okay, das hab ich gesagt, das weiß ich noch, wirklich. Doch, ich hab gesagt, der Film ist okay, den kann man gucken. Das hab ich gesagt, ich hab nicht gesagt, das hab ich nicht gesagt. Der ist aber allerhöchstens okay. Ja, genau, der ist okay. Hier, Reda. Ja, Reda will doch jetzt, ich weiß, dass ich niemals sagen würde, ich würde niemals sagen, ey, das ist der krasseste Film, weil ich das selber nicht empfinde. Nicht? Nein. Ich fand den okay, aber ich muss zugeben, wo ich ihn jetzt geguckt habe, der ist sogar ein bisschen unter okay. Ja, das ist langweilig. Ja. Also ich bin, also von okay bin ich sogar jetzt. Weil wir dir die Augen geöffnet haben. Ja, das stimmt. Ja, we open your eyes. Ja, der ist schlecht gealtert. Ihr habt meine Eyes geopent. Genau. Ja. Aber, kommen wir zurück zu den wichtigen Themen. Ja. Frauen mit Sneakers oder High Heels? Ich finde, links Sneaker, rechts High Heels. Bei ihm kommt einfach nur auf dem Kontinent an, nicht auf die Schuhe. Made in. Ey, Alter. Jetzt muss ich in den Schuhen stehen. Made in. Ist das geil. Kostas ist gut heute. Ja, der ist gut. Nein, ich finde, rechts High Heels, links Sneaker. Also ich will, dass die beides anhat. Ja, und dann? Dann humpelt die doch. Ja, das ist ja das Geile. Dann habe ich dieses Behinderten. Dann kommt die mir so vor, als wäre die so misshandelt worden. Für meine Fantasie. Es ist ja nicht in echt so. Ja, Bruder, du musst uns ganz geiles gegen den Zeug, der macht alles alleine. Ja. Fantasy Girl. Hä, Fantasy Girl. You're my Fantasy Girl. Ey, oder noch besser würde ich finden, weil guck mal, wenn sie Sneaker kauft hat, sie hat zwei Stück. Rechts und links. Und wenn sie High Heels verkauft, hat sie auch zwei Stück. Ja. Wenn sie hier High Heels trägt und hier Sneaker, bleiben mir zwei übrig. Ja. Die macht sie in ihrer Hand. Und dann läuft sie auf allen Vieren. Nein, das wäre so ein bisschen zu krank. Die läuft so. Und ich will, dass wenn die mich sieht, macht die so. Immer so. Warum? Ja, weil das stylisch aussieht. Griecher Tanz auch. Griecher Tanz, ja. Bist du krank? Nicht krank. Und der sagt, Salim ist krank. Ihr Reder ist geil. Der sagt, Salim ist krank. Wirklich, der ist nicht krank. Okay. Er besucht wenigstens andere Kontinente. Ja, stimmt. Ja, weil er Business da macht. Ja, könntest du auch machen. Okay, sagst du Frauen mit Sneaker oder High Heels? Ja. Was? Ja. Hab ich doch schon gesagt. Sneaker? Ja. Ja, jetzt. Und was mit Schlappen? Wenn Frauen Schlappen tragen wollen. Ja, ist nicht schlimm. Barfuß. Ist auch nicht schlimm. Wenn Frauen auf Knien laufen. Nee, aber High Heels muss die Frau elegant sein. Da muss ein passendes Kleid. Und die muss laufen können. Weißt du, wie manche laufen, ob so wie so ein Drommel da fährt. Die laufen, ob die Dünnpfiff haben. Das ist auch schwer, da drinnen zu laufen. Ist schwer, aber dann üb. Oder lass es sein. Oder lass es sein. Aber... Ja, aber ey, manche... Boah, ich war auf ein paar ausländischen Hochzeiten. Weißt du, wie das aussieht? Ja, klar. Die Frauen sind ja sowieso nicht ganz so... Das sieht aus wie beim Kirmes, wo diese... Wie diese... Wo diese... Wie heißt das? Ja, aber weil wir denken, dass es den Männern gefällt und das ein Schönheitsideal ist. Und wir haben die da reingezogen. Genau. Du hattest recht, ja. Nein. Doch, das ist unsere Schuld. Doch. Männer haben gezwungen, dass Frauen High Heels tragen müssen. Nicht gezwungen, jetzt mit Gewalt. Aber die Frauen machen das, um den Männern zu gefallen. Weil es so, wie er sagt, als Schönheitssymbol gilt. Oder als Sexy. Also eine Frau, wenn die so einfach... Ich mag Frauen, die so Schuhe haben, aber hier die Sohle ist ab. Man sieht, dass die arm ist. Weil dann kann man die manipulieren. Deswegen in dem anderen konnte ich dann... Wird einiges klar, Alter. Würdest du eine Frau heiraten, die Hornhaut hat? Ja, das kann man... Weil sie ihr Leben lang barfuß läuft. Ja. Bro, aber du hast doch in deinem Freundeskreis auch Leute, die da draufstehen, oder nicht? Auf was? Auf Dings. Auf High Heels. Ja. Ja. Klar. Die meisten sogar. Ich finde, wenn jemand High Heels trägt, so jetzt auf ein Kleid, so irgendwo an einer Feier, ist doch schön. Aber es muss schon ästhetisch aussehen. Ja, es muss passen. Es muss passen. Aber nicht in der Stadt. Trägt eine Frau einen Blazer und Hohenschuh in der Stadt einfach nur zum Kaffee trinken. Das ist übertrieben. Ich glaube auch, dass Frauen ein Bild haben von Männern, das zu übertrieben ist. Also wir sind ja gar nicht so. Ja, aber so was die denken, worauf wir stehen, ist in deren Kopf viel größer, als es in Wirklichkeit ist. Also in Realität. Ja, ich stehe auf Spider-Man-Pyjamas. Ja, zum Beispiel. Ja. Ich finde auch eine Frau viel schöner ohne Schminke. Also weniger Schminke. Ohne. Ich finde eine Frau viel schöner, wenn sie gar nicht existent ist. Bye, bye, Kooperationen. Union. Nein. Ganz ehrlich, jetzt spaßweise, ich finde Frauen am schönsten ohne Nase. Doch. Ey, bist du krank einfach. Doch. Weißt du, wie viele Frauen ohne Nase da sind? Weißt du, wie viele Kinder du eigentlich schon haben müsstest in deinem Alter? Ja, das stimmt. Guck mal, Frauen ohne Nase. Weißt du, warum ich die gut finde? Weil die erinnern mich an Skeletor. Die erinnern mich an Skeletor von He-Man. Genau ohne Nase sind da nur noch diese zwei Löcher. Nein, die ganze Nase ist weg, wie bei Skeletor von He-Man. Ja. Und dann kann ich mit die He-Man spielen. Ich bin die He-Man und sie ist Skeletor. Wir haben eine Bindung. Was sagst du dazu? Ich antworte auf sowas nicht. Ja, ich auch nicht. Ah, also mit seiner Frau spielen, Spaß haben ist jetzt schlecht. Drück mal den Knopf. Ich muss dir den wiederholen. Ich distanziere mich ganz klar von dieser Art. Warum immer so? Was? Kannst du nicht sagen normal? Ja, okay. Was willst du wissen? So eine normale Frau, beschreibst du mal, wie sie aussehen soll. Ähm. Sie braucht keine Nase, sie braucht keine Ohren. Wie eine normale Frau? Jede Frau ist normal. Ja, wie? Ich meine, dass sie dir gefällt. Ja, ich darf doch nicht ehrlich sein. Warum? Ja, weil wir dann gesperrt werden. Also, das Fake ist harmlos. Ja, genau. Wie er sich schützt, um irgendwas Privates zu sagen. Ja. Ich kann ja nicht alles sagen. Weißt du, wie du es änderst? Wie? Mach einen Broadcast. Weißt du das? Mach einen Broadcast. Ja, ich mach jetzt einen. Und da erzähl ich, und da beschreibe ich meine Traumfrau. Ja? Boah, weißt du, wie voller du bekommst? Echt? Weißt du, wie viele Frauen nur darauf warten, dass du sie meinst? Ey, aber jetzt mal ohne Scheiß, aber so, nicht wie sie aussieht, sondern so Klamotten-Style-mäßig. Stimmt. Von Klamotten-Stil. Es ist wichtig, wie so eine Frau sich anzieht. Wie Michael Dudikoff am Ende bei American Fighter. Ja, das war klar. Voller Blut. Wie ein Ninja. Weil ich Japan-Fan bin. Der kann nichts normales. Michael Dudikoff, Allah. Okay. Ich finde es schön, wenn eine Frau normal gekleidet ist. Jeans? Was soll das heißen? Ja, so unauffällig. Ja, aber was? Also, es ist kein pink, kein gelbes Oberteil? Was? Nicht aufreißen. Nicht aufreizend. Ja? Ich denke. Ja, aber Farben sind mir egal. Farben sind mir egal. Also, wenn die pink oder gelb trägt? Ja, das fällt dir auch auf. Was ist, wenn die so Jogginghandel fangen? Okay, dann soll ich so anziehen wie ein Tarnkappenbomber. Da fällt die nicht unter das Radar. Genau, mit dieser schwarzen... Mit dieser Militärschwelle. Mit der MG. Die Frau steht da, muss halt stellen, muss dann, wenn zwei Männer ins Gebüsch springen, dass sie nicht erkannt wird. Die weißen schwarzen Farben geht ja bei Ihnen. Die weißen schwarzen Farben geht ja bei Ihnen. Boah, ist das geil Boah, ist das hart, Alter Oh mein Gott Boah, ist das das krasse Boah, ey, krass Oh, 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 diese Folge ist sehr gefährlich, Alter Absolut denunziert, Alter Er hat es wieder gesagt, Alter Das ist so geil, Alter Wir haben noch ein Stück Katerieger Oh, Rieder hat alles gekült Oh, Rieder ist stark, Alter Oh, krass, Alter Oh, Schweine Oh, das war geil Oder ich wusste, dass ich nicht da sitzen will heute Boah Okay Also die läuft mit so einem Spanntheitbruch rum Nein, 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 also ich Nein, ich für mich selber Jeder, wie er will For yourself Ja, jeder, wie er will Wir lieben alle Ja Ist kein Vorwurf Wir sagen nicht, andere sind schlecht Ja Es geht um persönliche Präferenzen Genau Obwohl eine Präferenz immer persönlich ist Ja Man muss persönlich nicht hinzufügen Anti-Präferenz Ja, genau Genau Wenn sie feminin aussieht Ja Aber Sich wie ein Mann anzieht Aber so röbst in der Öffentlichkeit Nein Wenn sie feminin aussieht und Normal, unauffällig Okay, ich beschreibe dir eine Ja Schöne braune Tasche So ein weißes, kleines, so ein kleiner Pulli So mit Knöpfen Ein T-Shirt drunter, Jeans und Sneakers Ja, so Ja? Ja So normal Normal, ja Ohrringe, Haare zu Ja, Brille am besten Brille Ja, weil dann ist sie intelligent Achso, okay Ohne Brille nicht Nee, dann nicht Okay Abends ein Kleid mit ein bisschen hohen Schuhen Kleines Handtäschchen Ist doch sowieso getrennt, keiner sieht die Ja, einfach passend zum Anlass Passend zu den Anlässen Okay Wo sie eventuell stattfindet Was ist mit Strand? Wenn man Strandurlaub Ja Kann die bei Strandurlaub oder Ich kann ja nicht schwimmen Ja Was für Strand, überbewertet Ja, Strand Ich gehe auch nicht auf den Strand Ich kann mit In Sims zum Strand gehen Ja Wie soll man sich am Strand anziehen? Da gibt es doch eh nur ein Outfit Als ob man da so Ja Da kann man ja nicht Als ob man da so eine Wahl hat Also guck mal, was ich am Strand schön finde Was kann man am Strand tragen? Da gibt ja nur eine Möglichkeit Was ich schön finde Ist wirklich Wenn eine Frau jetzt mit einem Bikini ins Wasser geht Ist normal Aber was ich schön finde Wenn sie nackt ins Wasser geht Nein Ist, wenn die dann mal zur Bar geht Oder sich mal beim Imbiss was holt Oder ein Getränk Dass sie sich dieses Ding anzieht Ähm Wie nennt man das? Den Bettgürtel Nein Achso Diese Ähm Wie nennt man das? Ich weiß, was du meinst Das ist so ganz leicht Wie so ein Nachthemd Und das ist auch hier so schön Finde ich sehr, sehr schön Attraktiv Strandmode Genau Ah, okay Finde ich schön Kann man nichts sagen Ja Was sagst du denn, Kosta? Was gefällt dir am Strand? Was muss eine Frau am Strand anhaben? Ich finde, was zu ihr passt, ne? Was an ihr gut aussieht Ja Was für ein String hier gut alles steht Ja, keine Ahnung Manche haben, äh Ich bin bei mir ja auch so Ne Also ich würde ja auch kein Speedo anziehen Warum nicht? Also guck mal Wie MC Hammer bei Pompst Jetzt, guck mal Bevor Leute jetzt sagen Bevor Leute sagen Ja, du hast hier keinen schönen Körper Deswegen schämst du dich Ich schäm mich nicht Sonst würde ich nicht mit dem einen Podcast machen Also das Also das können wir nicht vergessen So Mein Vater guckt den Podcast Ich muss mich auch rechtfertigen So Ich schäm mich ja nicht Aber Ich selber als Mann Laufe nicht am Strand oder Pool Einfach so oberkörperfrei rum Wenn ich zum Irgendwo zum Zimmer gehe Zieh ich mir immer so So ein Badehemd an Oder ein T-Shirt drüber Weil es dir unangenehm ist Ja, ich mag das nicht Ich finde das Zum Pool und Strand gehört das dazu Genau, weil man Weil das Scham Aus irgendeinem Grund Sind wir so Ähm Äh Manipuliert worden Dass Das Schamgefühl Am Wasser Irgendwie aussetzt Ja Und wenn du das noch so ein bisschen hast Deswegen läufst du nicht Trotzdem halbnackt rum Nur wenn du ins Wasser gehst Ja Ja, Bro Wenn ich irgendwie ein Buch lese Oder sowas Da muss ich ja nicht Ja, ja genau Aber es ist ja nun mal so Dass wir am Strand Und am Pool In Unterwäsche rumlaufen Ja Da schämt man sich nicht In der Stadt würde man sich schämen Mhm Warum das so ist Wer weiß das schon Ja, also Du guckst ja auf den Typen Ey, wenn der einfach durch die Stadt läuft Der hat keinen Oberhemd an, Alter Und der hat auch einen krassen Body Du guckst ja auch komisch, Alter Dann sagst du, was ist das für ein Assi Ne, ich sag, was hat der für einen geilen Körper, Alter Ja Okay, sagen wir mal, du wärst am Strand Ja In Burkina Faso Oder wie das heißt Burkina Faso Genau Das ärmste Land der Welt übrigens Ja Dann geht dein Plan auf Ja, klar Schmeiß mit den Dollars, Alter Schmeiß mit den Dollars Jens und Euros, Alter I make it rain I make it rain I make it rain I'm in this video in the Terra Got a hand to the stakes Better grab an umbrella I make it rain Make it rain In the house I make it rain Ja Ja Wo war ich stehen geblieben? Wenn ich in Burkina Faso wäre Genau Da gibt es ja auch eine gewisse Strandmode Ja, ich glaube, das ist strenger da Ja? Ja Also ich verstehe Bei dir ist alles immer so eine Auslegung Wenn es normal ist, dann bist du okay damit Du magst nicht was übertriebenes Es muss immer so im normalen Rahmen sein Ja Weil du so ein normaler Typ bist Genau, ich bin ein normaler Typ Ja, das merkt man, hört man raus Ja Dann musst du ein bisschen europäisch werden Komm doch zu mit mir mal nächste Woche in den FKK-Strand Aber muss man nackt rumlaufen am FKK-Strand? Ja, klar Und warum kann ich nicht so rumlaufen? Weiß ich nicht, ich gehe da ja nicht hin Boah, ich kenne die Regeln nicht Ich kenne nur diese Leute, die rasten dann aus Wenn du nur so einen Bikini hast Die müssen ausziehen So ist ein FKK-Strand Und da laufen alle nackt rum Naja Ja, aber es ist auch extra nur für die Leute, die das lieben Ja, ja, die lieben das ja Ich kenne das ja nicht Warum nicht? Ich kenne das nicht Weil? Erklär Weil du Schamgefühl besitzt Also auch im Sauna Sitze ich nicht einfach so da Ich gehe rein Aber warum, weil du Schamgefühl besitzt? Ich finde es unangenehm Ja, weil du Schamgefühl besitzt Kann sein Aber Schamgefühl ist etwas Altmodisches Das sollst du nicht nur besitzen Aber ist mir unangenehm einfach So wenn mir so ein Schamgefühl Wir müssen uns doch zweit entwickeln Bist du etwa noch so ein Hinterweltler? Ja, aber es gibt so Manche Leute, die haben ehemal so keinen So keinen Scham Ach! Die gucken dir einfach auf den Penis alle Das ist ein normales Wort Stimmt Das ist ein normales Wort Ich hab keine Fekalsprache benutzt Das ist ein normales Geschlechtsteil Stimmt, ja Ihr habt recht Ich sag dir nichts mehr Also Der Slap Die Frau Macht das Die soll ins Frauenhaus Ich sag nur Penis Das ist ein normales Wort Ja, du musst doch mich wiederholen Achso Penis Alter So Auf jeden Fall Da guckt er dir drauf Das ist mir unangenehm Du weißt, dass Werbung weggeht Du musst das piepen eventuell Ah Es ist nicht Family Es ist nicht Family Frankie Nein, es ist ein Geschlechtsteil Ah, das kann man sagen Ja Das ist nicht schlimm, wenn ein Kind das hört Kein Kind hört uns Das heißt doch so Das heißt ja so Was willst du sonst sagen? Was heißt Mann? Ich wusste nicht mal, dass ein Mann sowas hat Bis ich 16 war oder so Und dann mein Lehrer Ah ne, schon gut Das ist wieder okay, gell? Ja, das ist okay So Und das war im katholischen Unterricht Boah, guck mal Okay So Auf jeden Fall Alles im gesunden Maße Also ich schäme mich teilweise Ja, das finde ich gut Dass du Schaumgefühl hast Das finde ich gut Ich will das einfach nicht sehen Bei fremden Paaren Ich will das nicht sehen Das interessiert mich nicht Aber solange die ja Ja, aber die sagen ja dann Ja, wir sind aber hier am Pool Hier laufen alle halbnackt rum Ja, nein, nein Guck mal FKK ist richtig abgesperrt Du kannst da nur so Achso, du redest von FKK Für diese Freiheitsliebenden Die wollen keine Klamotten tragen Die sind unter sich Aber Freiheit Das ist was mit Nacktheit zu tun Okay, verstehe Das hat nichts mit Sexualität zu tun Okay, ja Die leben einfach dieses Ding Aber ich will Diese fremden Leute Nicht komplett sehen Ja Nur zerstückelt Gehe ich das Also an dieser Stelle Würde ich mal meinen Glückwunsch aussprechen Wiesbaden hat es geschafft Seit letzter Woche Öffentliche Freibilder Wo Kinder sind Und normale Menschen Ist jetzt ohne oben erlaubt Muss kein FKK Oben ohne Für Frauen Ja Genau Das ist doch mal Die Das ist so Progression Genau Das ist Freiheit Die wir uns für diese Gesellschaft wünschen Richtig gesund Also es gibt kein Absperrt Ohne abgesperrten Bereich Öffentlich Du kannst komplett rein Das heißt Okay, akzeptiere ich Aber warum dürfen dann Frauen Die sich nicht Ohne oben zeigen Oder verdecken wollen Oben ohne Nein, die zum Beispiel Dann einen Schwimmburger anziehen Warum ist das dann nicht erlaubt Das ist in Wiesbaden nicht erlaubt Ja Das finde ich ein Skandal Skandal Das heißt Eine will sich ausziehen Akzeptieren Eine will sich nicht mitzahlen Geht nicht Ist doch beides Für keine Freiheit Aber du findest es gut Dass Frauen oben ohne nackt rumlaufen In einem Pool In einem Schwimmbad Wo Kinder sind Ich finde, wenn sie Schwimmen gehen Und sich bräunen wollen Überall ohne diese Dings Ich finde jetzt Wenn so kleine Jungs Da rumlaufen Dass sie sowas sehen Findest du gut Ja Das sehen die bei ihren Also sie sollten gesund damit umgehen Und nicht so Das sehen die nicht bei ihren Eltern auch Das wolltest du gerade sagen Ich hab das schon mal Ja Oder Ja Nein Ja was willst du sagen Redest du von normalen Eltern Ich hab das auch nicht gesehen Ja aha Warum Ja ja Weil das eine andere Generation Nein Also sind die dumm gewesen da Nein Bro Aber wenn du einen kleineren Geschwister hast Und du siehst wie die gefüttert wird Siehst du das auch Und man sollte so Eine gesunde Also ich hab Ich glaube Als ich so Vier geworden bin Hat keine Tante oder Mutter So ihr Kind Meine eigene Mutter Ihr Kind vor mir gestellt Ich finde auch Das ist ein intimer Moment Man muss da nicht zugucken Bei jedem Also nicht mal Bei Ich will das nicht bei meiner Mutter sehen Ich will das nicht bei Verwandten Klar Ich will das bei fremden Leuten auch nicht sehen Ja Aber wenn Leute das machen möchten Die wollen sich räumen Ja Dann sollten sie in einen Platz gehen Offiziell dafür Und man sollte nicht diese Leute zusammen bringen Weil stell dir vor Ich hab jetzt einen Sohn Du hast ja eh immer Den schlimmsten Gedanken aller Zeiten Bei allem Oder Ja Ist doch mein gutes Recht Also wenn ich da durch Schwimmbad gehe Und ich sehe jemanden Eine Frau Die sich da einfach Sonntis oben ohne Und du hast Kinder dabei Ich hab keinen schlechten Gedanken Es geht doch nicht darum Findest du das gesund für ein Kind So was zu sehen Das sind Körperteile Bro Also kann ich auch nackt rumlaufen Die sollen keinen Sex sehen Ja die sollen keinen Sex Aber wenn ich Das heißt wenn ich nackt In einem Schwimmbad rumlaufe Vor Kindern Wir reden immer noch von oben ohne Ja oben Ja aber das Weil oben ohne ist ja für Männer Schon immer erlaubt Ja aber warum Ja weil es nicht das gleiche ist Ja und die Männer Bikini ist hässlich Ja Männer mit Bikini Brüste sind was Eine Frauenbrust Was anderes als eine Männerbrust Eine Frauenbrust Erregt einen Mann Das kommt auf den Kontext an Es ist Das kommt auf den Kontext an Bruder Nicht jede Brust Ja das Argument Kann man dann umdrehen Dann kann man sagen Es kommt auf den Kontext Des Geschlechtsteils Des Mannes an Nicht jedes Mal Wird man erregt Oder also Vielleicht stört das ja Einige nicht Aber diese Körperteile Spielt gerade gar keine Rolle Bei dieser anderen Sache Genau spielt keine Rolle Aber das spielt eine Rolle Ich finde Ich finde Frauen Die sich komplett bedecken wollen Sollten in Schwimmbad dürfen Und das machen Ja Und wenn oben ohne Die sich sollen wollen Sollen die das auch machen Und ich glaube nicht Dass von einer normalen Frau Die da einfach nur liegt Und sich sonnt Wenn das Kinder sehen Dass das deren absolutes Unheil ist Ich glaube nicht Dass das gesund ist Ich glaube wirklich nicht Dass das gesund ist Ich glaube du bist auch nicht gesund Ich bin auch nicht gesund Weil ich Brüste gesehen habe Damals als Kind Das ist okay Der Schwäge Ja Was denkst du machen Sieben oder achtjährige Jungs Wenn sie so Frauen Oben ohne sehen Die lachen sich schnack Und starren da drauf Ja und dann Führen eventuell Ja Bro es ist nicht Ja die würden sich auch Schlapp lachen Wenn die mich nackt sehen Ein nackter Mann Ja warum ist das dann schlimm Ja warum ist das dann schlimm Dann kann man das ja Theoretisch auch machen Haben die das noch nicht gesehen Glaubst du da ziehen sich nicht Neu Nein Aber dann warum Ja aber wenn man das machen würde Dann wäre das ja theoretisch Nicht schlimm Laut deiner Argumentation Ja Richtig Wenn die nackten Männer Arsch sehen Oder nackten Bro Ein Penis Das ist was anderes Ah Das ist was anderes Okay Wer definiert denn was Was ist Da ist auch du Stellst es auch in den anderen Kontext Du steckst es immer So ein bisschen In diesen sexualisierten Kontext Weil Brüste Weil das Brüste sind Frauenbrüste Also können wir die Folge Weitermachen Oder so Wenn wir beenden Könnt ihr dann weiterreden Ich führe mit euch Immer nur diese Bämlichen Ja sorry Es tut mir leid Ich muss doch lernen Meine Damen und Herren Ja Kosta ist ja so liberal Ja okay Sorry Ich muss Ich bin ja nicht perfekt Ja Deswegen Danke dass ich von Kosta gelernt habe Frauenbrüste Sind nicht immer im sexuellen Kontext zu sehen Sondern auch als Buchbinder Du hast mich doch An meiner Meinung gefragt Ja genau Okay Ich finde es ja gut Dass du ehrlich bist Ja So bei wie vielen Minuten sind wir Ja Boah Aha Nein 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 Doch pH Sponsoren Nein nein pH Sponsoren Meine Damen und Herren Geht auf Spotify Bewertet uns Folgt uns Und das ist der wunderbare Nisa Kommt in den Broadcast Channel Von Nisa und mir Ich hab noch keinen Ja der kommt jetzt bald Ich hab das geklärt Ja Ja Okay Ciao Danke an Kosta Danke an Räder Ewa Darf ich die Abung für mich machen? Ja mach Ich hab's in der letzten Folge nicht gemacht Oh Ich bin im Oktober in Wiesbaden Zwei Tage hintereinander Und ich bin im Dezember In der Schweiz In Zürich und Bern Kauf Tickets Ich komm mit Kosta kommt mit www.nisa.tv Und in circa 10 Tagen Kommt meine neue Tour online Da bin ich überall Aber guck dann auf der Website Und jetzt geht's los Peace Peace